Willkommen zurück zu einer neuen Folge Wegfeld! RECIST! So nämlich, ich durfte als erster Start und der Server hat direkt einen kleinen Leck mit dabei, die erste Kurve Kopf! Meine RTL habe ich direkt weggebucht! Direkt willkommen zum Sexkiss! Heute mit... ...Glade, Peter und Sebastian! Ich habe mich gerade an wahre Liebe erinnert, weil du da auch siehst... Okay, jetzt müssen wir wie Jonathan sich im Schlafzimmer anhören... Peter hat vorgeschlagen YouTube-Netzwerke... Als Allgemeinheiten, gechillt! Wir gucken uns einfach mal die Bilder an, die... Ich weiß nicht, ob das so einfach ist... Peter hat direkt hier abgesahnt... Was gibt das dann? Aber Minus mal Minus ergibt Plus! Wir haben jetzt ja... Drei Leute! Ich hab einen gemacht, zwei Leute noch... Oh Gott, nein! Au! Die Zeit, die wir dann überlebt haben, mit dem Fahrrad, gilt als unsere Versuchszeit und wenn nachher... Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Wenn er die meiste Zeit hat, der gewinnt! Ich guck in der Zeit den wunderschönen... ...brennenden Quads zu! Ja, da so sehen sie, wie Team Pete Smith von A nach B kommt... Also, beziehungsweise eher Jay und Bram, Sebastian und ich haben das natürlich im Souverän geleistet... Ja, ja... Übelst geskillt! Ein Souverän von A nach B... Äh, von A nach B geguckt! Hätte man in unserem Aufnahmeschirm sehen können! Ja, wir haben das schon gemacht mit dem Kurs! Alter! Das ist jetzt belastend! Aber rennen lieber weiter! Ich halte ihn einfach auf! Du machst das, Christian! So, da ist er! Nein! Einen haben wir wenigstens! Wir haben einen Kameraden verloren! Wir haben hier vorbeigerannt! Okay! Was weiß ich jetzt eigentlich? Ich muss immer die Mitte sein! Kann ich einer verloren? Nein, ich will nicht die Mitte mehr! Nicht ein paar Mitte! Ah! Der ist drei! Alter, wenn du das schaffst, Peter! Wo muss ich denn hin? Einfach unten in die Tür! Also, ich bin unten in die Tür einfach rein! Ah, Leute! Ich hab versucht, durch das eine Loch zu springen! Du kannst oben halt rein wahrscheinlich! Du bist einfach unfucking fassbar schnell, aber... Das unten hab ich nicht gesehen! Das war ja mega smart! Hier kommen wir jetzt einfach durch, oder? Als wenn ich jetzt schon Differenzial brauche? Alter! Moin, ey! Da steht rechts neben mir! Ach, Shotgun ist doch chillerei, ey! Jetzt kommt die chillerei an! Ich hab' die nicht! Moment! Ich hab' genau das genommen, was Peter genommen hat! Mediakraft! Tube Agency! Nein, die G nicht! Aber sonst hab' ich genau das so gemacht! Oh Gott! Dann wär' ich echt sauer, wenn das jetzt nicht funktioniert! Das wär' so geil! Dann komm schon! Ah! Okay! Warte! 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 Oh Gott! Hab' ich mich erschrocken als... Ach, da ging's! Saven! Nein, Braun! Lass ihn nicht killen! Alles klar! Oh Scheiße! Der hat mich überfahren! Der ist über den Hubbel gesprungen und hat mich überfahren! Oh Gott! Also ich hab' direkt drei Sterne! Ja, ich bin tot! Oh, drei Sterne ist gut! Oh, Christian ist schon tot, okay! Oh, oh! Weiterfahren! Noch Levi! Alter, war das knapp bei mir! Mit den Sternen? Okay, auch tot! 14 Sekunden! Geil! Hast du eigentlich irgendwo ne Fackel gelegt, Jay, oder so? Ich mein', ich hab' zwischendurch irgendwo Licht aufblitzen sehen! Nee! Also du siehst höchstens mein Quad! Oder vielleicht siehst du den Sonnenaufgang, der hier gerade... Nee, das war mitten im Wald! Yukon Valley! Du bist an mir vorbeigelaufen und hinter dir war ein Lichtschirm! Ich bin an dir vorbeigelaufen! Uh! Oh Mann, ey! So viel zu, wir haben ihn noch nicht gesehen! Dann lass' ich dann einfach mal stehen, hoffe, dass ich richtig gerechnet habe! Geh' ganz schön kurz in die Tür! Ich hab' überhaupt gar keine Ahnung, was das überhaupt ist! Wie war ein Peda? Hast du dich noch nie mit sowas auseinandergegangen? Heftiges Liebespiel, Fede! Ja, das kenn' ich nicht! Weil das ist... Das ist aber schade! Nee, Kalorien und... Ich beweg' mich nicht! Oh Gott, hab' ich mich erschrocken! Jeder! Ach komm, ey! Kommt der andere Motherfucker da an! Jetzt muss ich das irgendwie, dass das Bram ist! So! Und jetzt natürlich Super Mario! Das ist nicht Mario! Das ist nicht Mario! Oh Gott! Was mach' ich hier? Nein! Ich hab' da weit! Okay, das war richtig Fail von mir! So! Nein! Als wenn ich da drüber geschossen hab'! Sydney! Australien hat doch mehr als 10 Millionen Einwohner! Aber Sydney ist doch nicht die Hauptstadt von Australien! Ich bin so stolz auf dich, Peter! Ich bin so stolz auf dich! Dankeschön! Yes! Alter! Ah, das wird auch bedacht! Ich dachte, wir gehen nur nach den Zahlen! Der Hauptstadt wurde doch gesagt! Ja! Wir können quasi so gucken, was unsere Ziele sind! Ich seh' tatsächlich da ein Ziel! Das ist Guillaume Maison! 47! Sie sind beginnend, etwas zu verwenden! Confirmed kill auf Maison, 47! War jetzt vielleicht nicht die beste Idee? Es ist so gut! Sie werden evakuieren! Sicher! Alle restlichen Primarkierungen, jetzt! Oh! Dorian Lang ist versucht, 47 zu erfüllen! 47! Dorian Lang hat er... Oh! Ohhohoho! Okay! Verstehe! Alles klar! Äh... Nee, warte! Nee! Jetzt renn ich in den Kreis hier rum! Was soll das?! Was ist er denn? Nein! Ah! Das hat doch schon vor in der Runde gemacht! Okay! Vielleicht ist das auch gar kein Senf, sondern eines von diesen Gelees, die die vorbereiten für diese Fotos, damit das ewig hell haltbar ist und schön glänzt. Das kann natürlich sein. Aber ich habe jetzt so ein bisschen Bock auf... Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Geh, mach das. Drei noch. Aber ich habe die Bombe nicht gesehen, ne? Doch, die ist hier bei mir. Witzig, komm. Schade. Gegen geflogen. Scheiße! Was ist denn das jetzt? Da waren gerade andere Kammerpolizisten oder so. Ui! Boah, die Bugs, die ich hier gemacht habe. Alter, die sind hier voll die geilen Bugsmacher. Richtige Biker-Gang. Ja, das ist halt echt so. Also, gehst du zu einem, den du gefunden hast. Ja, wer ist der Gefickte? Nein, Alter! Ich fliege hier voll gut unter so einem Baum. Schade, Sepp. Wie gut ist man nicht? Wie gut habe ich Sepp gefunden? Also, wie? Wie? Als ob ich dir jetzt hier verrate, was denn meine Tricks sind. Ich bin dein Erster. Hey, ich war doch früh gut unter dem Baum versteckt. Hat M gedrückt. Ich werde meine Tricks nicht verraten. Ja, genau. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht gecheatet. Wie sie alle am Kämpfen sind. Oh mein Gott! Du bist so ein Camper, Alter! Unfassbar! Weil ich, der kämpft ja in einem Klo. Jay, selten die ganze Zeit im Haus. Alter, übelst du, der kann einfach nur. Okay, snacken aber. Nee, nee, nee. Scheiße, jetzt muss ich aufpassen. Nee, ich will aufpassen. Oh nein! Scheiße! Oh! Ich war das Weißte bei der Milchschnitte und ihr wart die beiden schwarzen. Oh, come on! Bitte, bitte. Was? Seehund Luca flaxt mit seinem AM. Aber Jay! Okay. Ich finde es gut, dass Seehund mit AM. Ja, natürlich! Was? Ich habe auch unter deinem Bild kommentiert. Falls das jemand sehen will, das ist wenn auf Instagram. Kein Problem. Und jetzt geht es weiter mit der Artikel. Das ist rausgeschnitten. Aber du bist der Cutter. Ja, der wird so. Ich überlege gerade. Da ist Jay am Haus. Als ob er mich da gesehen hat. Er ist sich halt sehr hart bewegt, ne? Ja, ich bin nochmal stehen geblieben. Aber ich habe gehofft, dass du mich nicht direkt siehst. Easy Snack, mein Freund. Der war aber auch easy wegzuficken. Alter. Da wurde ich aber gut gedrückt. Leck um hier. Schnell hier wieder Allrad anmachen. Dann will ich wieder vorrad kommen hier. Gerade ist hier aber... Bremsung! Du! Nein! Ey, fliegen voll seltsam. Das ist doof, Alter. Da ist einer. Oh Gott, ich habe dir vorher ins Gesicht. Und da ist die Wurst im Brötchen. Jawoll. Aber ich habe ingeschrieben. Ich habe auch ingeschrieben. Oh, ich nicht, meine Freunde. Das wäre mir beinahe durch die Lappen gegangen. Wurst... Also Peter bekommt auf jeden Fall schon mal zwei Punkte. Aber Wurst im Brötchen. Das, meine Freunde, ergibt... Was anderes. Was anderes. Ein Buchstabe entscheidet. Das raste aus. Das kommen wir auch runter. Alter, Wurst im Brötchen ist nicht das Richtige. Nein, das ist auch nicht bei. Ach komm, ey. Überall. Überall. Boah, wenn du eine Schotty hast und du musst nahe kampfieren. Boah, Alter. Da, ich kam nicht mehr weg. Ich kam einfach nicht mehr weg. Das war ein richtiger Nice-Try. Oh Mann, ey. Wir haben drei Leute gekillt von denen. Okay, jetzt mal Arschbacken zusammenkneifen. Jetzt zu langsam. Oh Gott. Die können ja auf mich schießen. No! Da ist Jay. Ausweichen. Auto? Ich bleibe nicht gut. Wollen mit. Oh, shit. Da ist nicht gut. Peter ist tot. Nice. Come on, nein. Nein, tot. Jay ist auch tot. Ach komm, jetzt wollte ich euch die vorbeibringen. Oh mein Gott, Alter. Scheiße, da kamen die Andercover-Polizisten, da habe ich platt gefahren. Oh shit. Ja, von unten aus an. Bram sagt 75 Milliliter mit einer halben Tasse Kaffee. Also, circa eine halbe Tasse Kaffee. Sepp sagt 310 Milliliter und Peter 500 Milliliter. Halb Liter Blut, Junge. Alter. Schöne Flasche Bier. Alter. Das ist schon ganz schön viel, oder? Und sie wachten euch auf. Oh, vielleicht kommt die schmette Lagenbrot. Also, ich weiß nicht, wie viele Tampons du dafür brauchst, aber einige. Alter, habe ich nicht viel, einen halben Liter Blut. Ja, also 310 ist jetzt auch schon ziemlich hoch, würde ich sagen. Ich fand das auch viel, aber... Nee. Yes. Mann. Hier, fick dich. Scheiße. Ich hätte voll gern ein klares Glas. Ich habe wieder abgesnackt, ey. Das kann doch nicht sein. Ja, hier, Jay, fick du dich. Hier, ganz abends. Mal schauen. Ich habe ansprucht Tesla für sich. Ey, keine Ahnung. Ich dachte, das Auto, alle reden über Tesla so. Digga, da ist ein Mercedes-Logo drauf. Ich weiß nicht, wie das ein Mercedes-Logo aussieht. Das ist ein Mercedes-Logo drauf. Ich weiß nicht, wie das ein Mercedes-Logo aussieht. Also, das ist schon drü... Also, das ist schon drüben. Ja, das ist schon drüber, oder? Also, weiter drüben geht ja auch nicht, ne? Oder bin ich schon gefallen? Wie? Du bist schon durch? Kampf gefallen, ja. Alter, keine Ahnung, ihr habt dich nicht gesehen. Ist ein paar Mal über mich schon mal geflogen? Montreal. Montreal ist nicht die Hauptstadt von Kanada. Oder doch? Vielleicht politisch gesehen. Wüsstest du denn eine andere Stadt? Nein. Toronto. Schon mal was von Ottawa gehört? Ach ja, genau. Ottawa ist die Hauptstadt von Kanada. So ist das nämlich. Absolut korrekt, Peter. Der zweite Punkt für dich. Ja, bin ich hier hingeslidet. Jürgen, hast du gesehen, ne? Oh Mist, die Granate, Christian. Oh Gott. Oh! Ja, schau dich mal. Wait, das war nicht wahr, ne? Kann man nicht mehr die. Hast du mich gemacht. Oder Bram, denn Peter und Jay haben... Ich bin sauer, ich habe nämlich Ann gerade noch bei der anderen, ich habe das gerade noch geändert gehabt. Die Ann-Auto hatte ich vorher. Ja, come on, Alter. Das sind schon wieder Punkte wegen dem N und dem M. Ja, woher ist es denn? Ach, da! Jo, stimmt! Das ist so lächerlich. Jonathan bekommt einen Punkt und Peter bekommt einen Punkt. Alter, da sind halt einfach drei Punkte, die mir fehlen wegen der Scheiß. Wegen einem M und einem N, was ich zweimal vertauscht habe. Das Detail ist halt manchmal wichtig. Der ist zurück. Alter, der ist zurückgegangen. Entschuldigung. Bin mir nicht sicher, ob ich gerade das Krötenquaken gehört habe oder ob das Verdammungs war. Das habe ich gehört! Oh shit, shit! Oh shit, das habe ich gehört! Oh shit, jetzt hole ich dich, wo bist du? Oh yeah! Oh yeah!